Ich brauche Deo gleich. Soll wieder so ein Intro kommen? Was? Was geht Leute? Heute sind wir hier mit Benni Kuroditsch und Robert & Mace. Und ja, das heutige Topic sind Bad Jokes. Wir fangen an. Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. Soll ich nicht Brokkoli heißen, Eier? Was wird aus einem Waschbären, wenn er zu viel trainiert? Eine Waschmaschine. Was macht eine Bombe im Bordell? Ab, ey. Nein. Was macht die Security in der Nudelfabrik? Die passt auch. Die passt auch. Ähm. Jetzt ist die Mitte richtig gut geworden. Küche. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. Wir warten kurz. Wir machen weiter. Okay. Ich hab mich vorhin ausgesperrt. Das war's mit dem Bad Jokes für heute. Ähm. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schöne Grüße von den Löwen. Außer selber rein. Ja, selber. Pack mal rein aus jetzt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.